So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur SRC GT Masters, heute live aus Hockenheim. Mit mir heute in der Kommentatorenkabine ist der Carsten Wilhelm. Hallo Carsten. Hallo. So, wir stehen jetzt hier kurz vorm Qualifying. Die Fahrer drehen jetzt noch ihre letzten Runden, um nochmal Setup zu checken, alles zu gucken, ob alles in Ordnung ist, Reifen, Druck, Bremsen und geht das auch schon bald los. In den letzten Minuten hat sich der Michael Welle jetzt noch auf Platz 1 hier vorgeschoben, mit 1,28,629. Das ist hier schon eine recht ordentliche Zeit, also bisher hatten die Fahrer jetzt doch ziemlich über schlechte Performance hier geklagt. Und ja, jetzt mal schauen, wie sich das Ganze jetzt mit Qualifying verhalten wird. Dann können wir kurz die Hotlabs hier durchgehen, was wir als schnellste Zeit bisher so hatten. Also schnellster generell bisher war der Manfred Schneider. Im SKS mit einer 1,28,418. So, Michael Welle nur 2.000 Stittel dahinter. Und an dritter Stelle dann Martin Fuhrmann. Oh, jetzt sehen wir auch schon, gleich fahren jetzt an Boxengasse raus und stellen sich möglichst früh an. So, da wurde ein Wagen umgesetzt. Hoffentlich steht er da vorne auch noch in der Boxengasse. Eben wurden ja auch die Cutregeln vorgestellt vom Hasso. Und da hieß es, man darf zum Beispiel in der letzten Kurve nicht ganz so weit rausfahren, wie es halt manche in ihrer Stelzrunde getan haben. Also ich denke mit einer 28 könnte vielleicht fallen, aber so eine tiefe 28 wird es wohl eher nicht unbedingt fallen, denke ich mal. Ja, gucken wir mal auf den Streckentemperaturen an, die gerade mal so vorherrschen. Das heißt, einfach mal schauen, wie die Piloten jetzt so mit der Temperatur auf der Strecke zurechtkommen. Das ist natürlich auch wieder Martin Fuhrmann, immer konstant schnell unterwegs. Aber was ich sagen muss, Carsten, ich habe wieder gesehen, die meisten Runden haben wir die Jungs von SKS gedreht. Ich kudere jetzt gerade mal mit, ja, wieder 2.400 Runden insgesamt. Manfred Schneider, man drückt gerade das Feld. Das Feld aber auch an jedem Runden auf, also die Jungs von SKS, die sind wirklich sehr fleißig und die sind immer eigentlich immer top für Runden vorbereitet. Ich kann es hier nur sagen von mir, ich, das meiste, was ich glaube ich habe immer gefahren habe, die machen 300 Runden. Da ist ja, ich erschlore mir halt an jedem Fall ein Setup und drei Runden bis ich irgendwann konstant ganz schnell bin. Und dann, ja, dann, ja, dann reicht es mir halt. Aber hier die SKS, die sind wirklich in, die fahren halt einfach bis sie jede Kurve und alles perfekt eintrainiert haben. Und das ist nicht berundenswert. Ja, wir nehmen es hier, kam gerade diesmal weit raus der Manfred Schneider, weil sonst die Runde ist er gut reingekommen. Jetzt schauen wir mal, die erste Kurve. Ja, gleich ordentlich griffig. Aber alles gut gewesen. Wir gucken gerade mal, es sind nur vier Piloten, jetzt fünf Piloten, die noch in der Box sind. Insgesamt haben wir jetzt gerade 19, beziehungsweise 18, das ist unser Wagen natürlich. Hier gerade, ähm, am Rennen jetzt teilnehmen zu Quali. Oh, hier sehen wir, der Mannschwein hat sich gerade leicht verbronzt hier in der Spitzejahre. Ja. Jetzt haben wir jetzt etwas Bilder daraus. So, jetzt die nächste Kurve. Was ich auch interessant finde zu beobachten ist, ähm, der Martin Fuhrmann, der scheint, ein sehr tiefes Bedapt haben, das heißt, der setzt oft oft als Prühen auf Pfundbuchmann raus. Ja, das stimmt, äh, versucht natürlich immer dann die Bodenfreiheit, glaube ich, maximal auszunutzen, dass er den Wagen sehr, sehr tief legt. So, gleich fallen dann hier jetzt auch die ersten Zeiten, bin immer mal gespannt. Ja. Ja. So, Martin Fuhrmann, ja, liegt gleich ordentlich vor. Oh, Montrex-Standard kommt gerade quer. Ja, da seid ihr doch super drauf. Da muss ich meine Aussage von vorhin doch revidieren, 28,5 ist durchaus möglich, wie uns hier Martin beweist. Schauen wir mal, ob er gleich noch eine Runde dranhängt, ja, er hängt noch eine Runde dran, jetzt ist gleich im ersten Sektor, 2.000 auch nochmal schneller. Zweiter momentan, Manfred Schneider, nur 91.000 hinter, dann Henning Wollert, GALF 1, heute alleine unterwegs, sein Teamkollege, äh, müsste für dieses Rennen, äh, absagen. Schauen wir, wie der Henning sich heute da gepflegt, so ein bisschen, äh, Punkte auf jeden Fall fürs Team holen kann. Der verliebt uns auf jeden Fall sehr wichtig, auch in, ja, wenn man die Teammeisterschaft, äh, in Betracht zieht. So, jetzt hat der Martin ein bisschen verloren. Kommt jetzt hier ins Motodrom. Also, wir haben ja heute auch noch Karneval, äh, da müssen halt zwei, äh, absagen bedingt, und zwar der Teamkollege von Martin Fuhrmann in der SRC AG, der Dominik Farbets, der möchte verständlicherweise mit seinen Kumpels ein bisschen feiern, ähm, ja, bei Henning Wollert, bei Peter Grau, der Teamkollege wird sicherlich genau so aussehen. Ja, das ist natürlich jetzt Karnevalwochenende, sehr beliebt, natürlich auch vor allem jetzt in der, äh, rheinischen Gegend, rhein-main-metropole. So, wir werden die Piloten, das nicht die Zeit verstreiten, versuchen wir, das alles, äh, an Zeit zu nutzen, was sie haben. Und wir brauchen wieder zur Box. Aber da kommt der Jörg, den Kolbe. Wir fahren jetzt, äh, zwei Fahrer stehen noch in der Box, ne, zwei, Hertha Osterkamp ist gerade, hat die Box verlassen, dann stehen noch Marien und Rieder und Jörg Streppfahrt in der Box, äh, die lassen sich wahrscheinlich Zeit und denken sich, ja, sollen die mal fahren, nachher wird die Strecke frei, was er wahrscheinlich der Fall sein wird. Stimmt, ja, die Temperatur ist natürlich auch noch eine Sache, und sie wahrscheinlich ein bisschen hoffen, dass die Temperatur noch hoch gehen, weil sie vielleicht dann, äh, ja, sich da jetzt nicht so verausgaben wollen. Dann einfach gucken wir, oh, da kommt der Jörg, der Kolbe ganz schön quer. und, das war nicht regelkonform, glaube ich. Nö, und da war auch keine Schmerzrunde. Genau, ging jetzt auch schon nicht runter, das ist also okay. Völlig legitim. So, jetzt gleich noch anbremsen. Ah, allerletzte Runde gebremst. So, davor ist ein Milan, der macht jetzt aber, oh, sehr gut Platz. So, den Kolbe, den Kolbe im Front. Das Sektor schnell zu weit. Vier Taunzel, wenn ich gerade so gesehen habe. Ja, aber hier stehen wieder, hier quält seine Reifen ja ordentlich, für wirklich allerletzte Runde. Das war vielleicht nicht ganz optimal. Man kann ja nicht mal verloren haben, schauen wir mal auf die Zeit. Ja, vielleicht vierzehnte drauf. Da könnte immer noch, auf jeden Fall, eine persönliche, äh, Bestzeit damit, hinlegen. Bisher eine 1,29,6, und könnte jetzt auf eine, niedrige 1,29, bis vielleicht, das war jetzt zu weit raus jetzt. Er versucht trotzdem, aber will dann die nächste Runde wahrscheinlich nutzen. Schauen wir mal. Na gut, da arbeite ich natürlich jetzt mit der Runde vor, aber das wird sich die Rennleitung dann wahrscheinlich eh nochmal angucken. So. Er kann's auf jeden Fall besser, also. Schauen wir mal. Er hat ja auch schon hier 8000 drüber. Martin Fuhrmann fährt jetzt in der Hauser Osterkamp, mit der letzte Kurve. Und entweder er fährt schon die schnelle Runde, oder es ist gerade ein neuer Versuch. Na, wir gehen mal auf ihn drauf, ja, wir sehen jetzt ein Leitling im Bild. Und anscheinend eine Zeit gefahren ist, wie ich es gesehen habe, allerdings nur eine 1,34, ich weiß, da hat er natürlich, ähm, hinter dem Mercedes einiges verloren. Aber er geht jetzt auch auf eine neue, schnelle Runde hier. Oh. Ja, 26.000 in Front. Aber, es ist ja jetzt trotzdem schwierig, wenn man einen Wagen vor sich hat. Carsten, äh, wie ist das so, äh, in der GT, äh, ist das sehr behindernd, oder, geht der Abstand noch? Ähm, ja, ich kann es halt von meinem, von meiner Erfahrung sagen, also, so würde ich das schon als sehr störend empfinden. Man sieht ja jetzt auch, jetzt läuft er schon auf ihn auf. Ähm, oh, 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 ja, das war nicht so schön. Ja, das war, ja, das ist halt, ich kann es so sagen, wie ich es halt immer mache, wenn ich halt sehe, dass da irgendwo in näherer Zukunft einer vor mir fährt, oder auch ein schnellerer hinter mir, dann, warte ich halt, fahre ich halt in meiner Inlab so lange, langsam halt, dass ich genügend Platz habe für die schnellere Runde. Ist halt sehr unangenehm, wenn man auch so ein, äh, vielleicht mal einen langsameren aufläuft. Ja, in dem Fall, das, das ist richtig gesehen, aber Hasso Osterkamp, wenn er da aufgelaufen ist. Martin Fuhrmann hat auch erstmal in die Box zurückgekehrt. So, also Schneider, stand jetzt mein Versuch, fährt aus der Box. wir schauen mal, wer noch auf der Runde ist. Kai Knebel, auf Platz 3. Und Michael Welle, Michael Welle setzt sich auf Platz 4 mit einer 29.0. Ja, gerade in die Box zurückgekehrt. So, schauen wir mal, Platz 5, zur Zeit, Jörg Degenkolbe. Ganz nah zusammen, die beiden Teamkollegen von Empower, mit einem, einer Differenz von 9.000stel, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Das ist nur ein Wimperschlag hier in den GTs, ja, der Thomas Sutter, gerade auf eine neue Runde gegangen hier. Das sieht man aber auch wirklich, wenn man das nicht jetzt ausrechnen würde, wie würde, wie viel 9.000stel jetzt werden, das wären, ja maximal vielleicht ein Meter. Wenn man sich das mal ausrechnen, dass die einen Meter wirklich nur voneinander entfernt sind bei der Start- und Ziellinie, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr knapp. Ja, das stimmt. Da braucht man eigentlich nur mal eine Kurve einen Hauf zu spät oder zu früh einlenken und, ja, schon ist die Zeit dahin. Ja, Carsten, wie ist es hier so mit dem Windschatten in den GTs? Du hast ja jetzt auch da eigentlich schon ganz gute Erfahrung. wie stark ist das jetzt, wenn man jetzt mal es vielleicht im Vergleich zur Formel 1 sehen würde? Also der Windschatten ist auf jeden Fall da. Ich denke, er ist sogar ein bisschen stärker da als in der Formel 1, weil so ein GT hat ja viel mehr, ich sag mal, Fläche, die halt Wind verwirbelt, so dass Windschatten halt größer da ist. ja, was halt auch ziemlich wichtig ist, sag ich mal, wenn man zu nah hinter einem herfährt und man nicht vorbeikommt, dann gibt es diese sogenannte Dirty Air. Das heißt, dass halt der Windschatten in den Kurven da ist und das ist halt nicht direktdienlich, weil da wird einem dann quasi die Dauer vorausgenommen, die vom Flügel kommt. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch hier speziell in Hockenheim in den Teils doch sehr schnellen kurven, dann schaue ich doch noch sehr entscheidend. Ja. So, hier sehen wir gerade, also ich gerade hatte Rusterkamp, der hatte im Mittelsektor seine eigene Zeit 13. Vorsprung, kommt gerade auf die Start- und Ziellinie. Schauen wir mal, ja. Rusterkamp auf 11. Ja, er hat wieder ein bisschen verloren. Ja, auf 11 geblieben. Schauen wir jetzt nach vorne, den Manfred Schneider. Ja, das ist 2 Zehntel Rückstand. Ja, gucken aber noch eine Runde dranhängt. Das ist teilweise auch unterschiedlich, wie die Piloten hier so ran gehen. So, ich werfe mal einen Blick hier das hintere Feld, was da sich so tut. Hier sehen wir, also ich, gerade Stefan Denecke hat gerade im 1. Sektor 1 Zehntel Vorsprung gehabt, im 2. Sektor jetzt 2 Zehntel Vorsprung auf seine Bestzeit. Was auch interessant ist hier zu sehen, weil im 1. Sektor hatte er gerade mal 1 Zehntel Rückstand auf den führenden Martin Fuhrmann im 2. Sektor hier sitzt jetzt trotz Verbesserung seiner persönlichen Zeit schon 8 Zehntel. Also das ist Martin Fuhrmann, der beherrscht den Bülsektor schon ziemlich gut, glaube ich. Ja, Martin Lemann für die Kurven hier. Zum Beispiel der Mittelsektor ist ja auch so ein kleiner Mix, sage ich mal, aus Gerade und Kurven. Marino Frida hier noch auf der letzten Position fährt jetzt, glaube ich, seine zweite gezeitete Runde. Hat jetzt 13 Zehntel Rückstand nach dem 1. Sektor auf Martin Fuhrmann. Gerade im Bild gehabt und da sehen die auf jeden Fall beim Anbremsen hat der Marino hier ziemlich viele Funken geschlagen, also der hat den Warnung auch sehr tief gesetzt. Kann doch sein, dass er vorne eine sehr weiche Federung gewählt hat. Das heißt, beim Anbremsen hat er natürlich noch einen ziemlich stark Eindignis fahrt, da hast du recht. Ja, hier sind wir jetzt, also Marino Frida hat jetzt nach dem 2. Sektor 2. Oh, 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 da kommt ein Quersteher, der kommt ganz weit raus hier und ist im Eimer. Ja, wir konnten den Wagen gerade abfangen. Das stimmt. Schaden verhindert, aber die Runde ist natürlich erstmal hin. Ja. Ja, da haben echt viele Piloten jetzt über einen Mangeln Grip, oh ja, auch hier sehr weit draußen gewesen, über den mangelnden Grip jetzt im letzten Training noch geklagt. Keine Ahnung, ob hier gerade nochmal ein frischer Wind über die Strecke geblasen ist, aber die Piloten haben jetzt, glaube ich, drei Wochen sind jetzt hier in Hockenheim schon unterwegs. Wie gesagt, die SKS-Jungs hier mit über 2.000 Jungen da drin. Natürlich hat man sehr viel trainiert und wahrscheinlich in den letzten Tagen dann vielleicht mal ein bisschen Pause gemacht, denn ja, natürlich dann auch ja schlecht, dann kommt man gleich wieder leicht aus dem Rhythmus. Ja, das passiert halt zum Beispiel mir öfter auch, wenn so halt sag ich mal 24 Stunden drin sind, wo halt schon drei Monate davor halt trainiert wird. Dann kommt es mir halt so, dann trainiere ich bis so zwei Monate vor das Rennen und dann, ja, dann denke ich mir, Strecke, es geht ja auch, das beherrscht man auch und dann fangen halt die anderen alle an zu trainieren und werden hier als schneller und dann irgendwann so eine Woche vor dem Event sollte man dann auch mal wieder ins Lenker greifen. Während hier Christian Kohlscher auf dem schwarzen Nissan sich im Mittelsektor zwei Zehntel um seine Bestzeit verbessert hat, kommt jetzt gleich über die Ziellinie und eine deutliche Verbesserung und einen Platz nach vorne und da hat er erst gelb gedrückt. Ja, direkt erst gelb nach der Zieldurchfahrt auf der Jumpsteam. Das ist gerade bei Martin Fuhrmann, der hat jetzt im ersten Sektor eine neue Bestzeit hingelegt. Gucken wir mal, dass er im zweiten Sektor ist, weil da war er immer eigentlich besonders stark auf jeden Fall. Wenn du die jetzt drückst und das tut er, ja, da sieht man, der kann es einfach, der kann es einfach. Oh, da hat er Rückstand. Da war das Sehnen eingehandelt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist aber auch öfter so, speziell halt bei diesen Autos, da denkt man halt, also zum Beispiel fährt man dann und denkt, boah, das war jetzt schnell, dann hat man Rückstand. Und manchmal fühlt sich das dann so an, als wäre es eigentlich gar nicht so schnell und dann hat man auf einmal dreißig den Vorsprung. Ja, das ist dann manchmal so ein bisschen, äh, äh, das Mysterium hier. So, jetzt schauen wir mal, was ich noch in Zeitfläche gut machen konnte. Ne, ja, doch, 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 So, hier sehen wir ja, also ich, Manfred Schneider, ne, der brust die Runde ab mit Escape, war im ersten Sektor nur knapp hinter Martin jetzt. Thomas Sütter, der war auf Platz drei vorgerückt. Hasse Osterkamp ist sich gerade um 15 Hundertstel am verbessern. biegt jetzt in die letzte Kurve ein. Ah ja, da haben wir ihn. Oh, das war nicht optimal. Ja, und spiegelt sich direkt in der Zeit wieder, das wird wohl ein bis zwei Zehntel gekostet haben dieser Quersteher. Kai Knebel, jetzt, eine Spitzkehre. Ah, ne, das war die, ne, das war die zweite Kurve. So, schauen wir mal. 3000 Runde, das könnte das eine richtig gute Runde werden. Hier haben wir auch eine Verbesserung von Stefan Bukowatz. Der kommt jetzt gleich über die Ziellinie. Ja, verbessert sich um 1,11 hat damit zwei Plätze gut gemacht, also, das ist schon, da geht es halt zur Sache, das ist eng. Ja, Stefan Bukowatz auch wieder am Aufwind. Oh, Frank Bauer ist sich auch sehr stark am verbessern. Oh, jetzt eine halbe Sekunde Vorsprung nach dem zweiten Sektor und nur 13 zurückstand auf Martin Fuhrmann. Das könnte auch eine gute Runde werden. Ja, gucken wir mal ins Bild hier gerade. Frank Bauer, im letzten Sektor mit seiner Corvette. Ja, die beiden hier vom Steve und Frank Racing Team. Veralte Hasen hier auch. Ja, da hat er im letzten Sektor wieder ein bisschen ziehen lassen müssen. Eine halbe Sekunde im letzten Sektor verloren, vielleicht ein bisschen mehr auf Top Speed abgestimmt das Ganze. Gerhard Zeller hier neben der Strecke. aber wir schauen nochmal. Ah, Kalknebel konnte sich nicht verbessern. Das ist hier zurück in die Box. Fällt jetzt nochmal raus. Michael Welle drei Zehntel nur Rückstand. Ja, muss er jetzt aber aufpassen, er hat insgesamt nur knapp viereinhalb Zehntel Rückstand, dass er sich jetzt im letzten Sektor möglichst nichts mehr einhandelt. noch ein bisschen verbessert, dann könnte eventuell den Kai Kalknebel ganz genau gleich mit seiner Zeit und drei Zehntel auf dem Masi. Und das wird... Ach, da hat er ein bisschen Zeit liegen lassen. Mal schauen mal durchs Feld. Hier, die einzige persönliche Bestzeit, die gerade fallen könnte, ist von Stefan Denige, der im Moment auf Platz 14 rangiert. Da haben wir hier ein Bild, so gerade in der Zeitdecke. zweite die Vollfunk. Ja, insgesamt gibt es Rückstand, das könnte trotzdem noch was werden. Na, da lag jetzt wieder ein bisschen Zeit im Kies. Und hier kommt da auch wer rein. Ja, das ist, glaube ich, der Wille ein bisschen zu viel. Wenn man so auf einer schnellen Runde ist, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, dann will man immer noch so ein Tick mehr, so ein Tick später und irgendwann ist es dann halt einfach zu spät und dann kommt man halt in der Kurve einfach zu weit raus. Na, der war ich gerade gesehen. Oh, ja, verbessert sich ein bisschen. Mal nicht, 1,5 Sekunden. wo war er vorher? Jedenfalls der Marino ist wieder jetzt auch auf 15 vorgerückt. Hat der vorher noch ein paar mehr Probleme. Martin Fuhrmann hat ne, Moment, hier spinnt gerade meine Anzeige. Ne, er hatte seine eigene persönliche Bestzeit. Er hat die Polzeit nochmal unterboten. Oh mein, 10. 1,28,4 inzwischen. Okay, Manfred Schneider jetzt hier knapp hinter Martin Fuhrmann verbessert seine eigene Bestzeit im ersten Sektor. steckt hier 1,5 Zehntel hinter Martin Fuhrmann. Oh, ja, hier hat er Mittelsektor sogar auf dem Martin Fuhrmann aufgeholt. Gibt's das denn? Und 2,10 Vorsprung auf die eigene Zeit. Wenn er das jetzt trifft, dann könnte es sehr knapp werden. Jetzt darf er nur nicht auf Martin Fuhrmann und Stefan Dänicke auflaufen. Wer war das jetzt gerade? Ich glaube, gerade so bleibt ein Problem mit der Maus. Der Manfred Schneider. Und jetzt kommt er über die Zügelinie und nein, hat im letzten Sektor arg ziehen lassen müssen. Ja, das spiegelt sich hier so aus. Wenn die Strecke ein bisschen wärmer wird, dann meine ich zu sehen, dass die ganzen Fahrer, also eigentlich alle, im letzten Sektor immer Zeit verlieren. Michael Welle hat im ersten Sektor die Zeit von Martin Fuhrmann unterboten und zwar um 4.000. Oh, ja, sehen wir's. Ja. Guck mal, jetzt kommt er gleich zur zweiten Sektormessung. Hat er auch gut getroffen, die Kurve? Ja. Ich sag ja, wenn der Mann eine Runde trifft, dann ist die richtig schnell. Ah, na, okay, da hat er jetzt gerade nicht getroffen. Irgendwie wurde jetzt bei mir hier gerade zumindest keine Zeit eingeblendet. Also, er hat im, im Mittelsektor hat er jetzt auf seine eigene Zeit anderthalb Zehn zurückstanden auf dem Martin Fuhrmann eine halbe Sekunde. Eih. Könnte noch leicht Zeit versuchen, wenn der letzten Sektor sich ein bisschen steigern könnte, könnte er sich den Kai Knebel diesmal wieder noch schnappen, aber das sei vom Auge her ein bisschen langsamer aus in der Kurve. Schauen wir mal. Aber ich könnte mir auch denken, dass der Michael halt einen sehr geringen Flügel fährt. Das wird auch erklären, wie er im ersten Sektor halt immer so schnell ist und im kurvigen Sektor in zwei und drei halt nicht so schnell. Wir gucken gerade mal, wie er bei Manfred Schneider ist und gerade im zweiten Sektor. Ist ja gerade auch eine Runde. Ich glaube... Ne, gerade glaube ich nicht. Thomas Sutter auf Platz 3. Halbe Sekunde Rückstand auf Martin Fuhrmann. Ne, das wird auch nichts. Wir können ja mal gerade die Gesamtwertung durchgehen zum witzigen Zeitpunkt. Also es sind noch sechs Minuten zu fahren. Auf Platz 1 Martin Fuhrmann mit einer sehr schnellen Zeit von 1,28 und 4 Zehnteln. Auf Platz 2 Manfred Schneider von SKS mit anderthalb Zehntel Rückstand. Auf Platz 2 Thomas Sutter im Dreier-BMW von Empower mit schon dreieinhalb Zehntel Rückstand. Dann auf Platz 4 ebenfalls von SKS Kai Knebel mit fünf Zehntel Rückstand. Auf Platz 5 ist Michael Welle der schon sehr, sehr knapp hinter Kai Knebel mit wenigen tausend so wie ich das hier sehe. Das sind auch die ersten beiden übrigens die die 29er Marke überschreiten. Hinter ihm dann Jörg Degenkolbe Henning Wollert Gerhard Zeller Oh da hat sich er er hat sich Michael Welle gerade über die 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 gerade noch eingefangen äh jetzt dreieinhalb Zehntel Rückstand und hat sich auf Platz 3 vorgeschoben. Ja, das ist ordentlich. Mit ganzen 7000 Schlüssefrausprung auf Platz 4 Ja, sehr gut, ja. So, auf Platz 6 fahren wir dann den Jörg Degenkolbe. Oh, gerade wieder schnell eine Runde mit 1.28.9 Oh, dreht sich hier aber weg und drückt sofort Escape. Also, Osterkamp verbessert sich hier gerade im ersten Sektor auf seine eigene Zeit aber hat schon sehr viel Rückstand auf Martin Fuhrmann. So, auf Platz 8 haben wir den Gerhard Zeller ähm ein neuer Kollege und mein Teamkollege Ja, ja genau Oh, Kai Knebel im ersten Sektor jetzt knapp über ein Zehntel Vorsprung auf seine eigene Zeit und nur 200. Rückstand auf Martin Fuhrmann. Ja, in dem blau-schwarz-weißen Alpina B6 Warte jetzt gerade bei dem Anbremser Spitzgeräte hat der Wagen doch äh ordentlich gewickt. Mir fällt auch auf dass speziell Kai Knebel und Manfred Schneider beide in dem SKS Alpina aus der Spitzkerbe nicht so viel Schwung mitnehmen. Ich weiß nicht ob das vielleicht Vorteile bringt ich kann es halt nicht genau sagen aber das sieht immer nur so aus als es kommen die nicht ganz voraus aber er hat immer noch einen zweiten Zehntel äh äh im zweiten Zehntel im zweiten Sektor 300 Fahrspunk Ja, insgesamt hat er auch noch zwei Zehn Rückstand das heißt er könnte auch nochmal nach vorne kommen damit aber auf jeden Fall sich auf Platz 3 schieben Ja, vor allem Ja, vor allem sehen wir hier der Mirko Meier der rangiert auf der letzten Position hat glaube ich aber auch nicht so viel trainiert laut den schnellen Runden Kalknebel Okrim Racing heißen sie jetzt und ja, vielleicht ist ja mal eine höhere Platzierung drin, auch für die Leute. Genau, ja. Schauen wir uns ihn grad mal an. Hier sehen wir ihn. Mirko Meier. Also das war jetzt vielleicht, ich meine mit höherer Platzierung eine bessere Platzierung. Ja genau, ja. So, auf 17. Auch ein neuer Kollege, der Joris Schienkler. Joris Schreppfahrt. Also es wird geschrieben, Schreppfahrt kommt aus Holland und dort wird das Schreppfahrt gesprochen. Schreppfahrt, ah ok. Also er ist auch mit mir mal WCCC gefahren in einer anderen Liga. Und da war er halt auch schon dabei. Ich war immer bei den Gasten stehen, die halt immer so im hinteren Mittelfeld gekämpft haben. Nach dem Olympischen Gedanken. Genau, ja. Naja, hier kommt es natürlich auch vor allem auf Training an. Viel fahren, ähm, bringt auf jeden Fall schon eine Menge. Und ja, Setup, Arbeit kommt halt nach und nach. Ähm, die mehrmal bisschen mit dem Mod, ähm, auseinander setzt. Ähm, der war ja im Rhinos Rieder jetzt auf Platz 14. Oh, hier sehen wir wieder Hasso Osterkamp. Der hat jetzt zwei Zehntel... Okay. Er hat die Mitte sich gerade wieder verschenkt. Ja, ich sehe gerade. Moment, auf der ganzen Strecke keine einzige Verbesserung. ... um siebenhundertstel. Nooo, da kommt er auch von der Trecker ab, der Hasso. Ganz weit recht. Oh, kommt jetzt kurz vor dem Marinus Rieder wieder zurück. Marius Rieder hat sich aber jetzt verbessert im letzten Sektor, um 7 Hundertstel. Also auf der Hunde. So, er ist schon sehr dicht hier. Aber er hat im ersten Sektor wieder Vorsprung auf seine Zeit. Mal schauen, wie viel Rückstand er auf seinen Vordermann hat, der Marius. Oh, das ist ganz knapp der Marius. Ja, der hat auf seinen Vordermann nicht mal einen Hundertstel Vorsprung. Also wenn er die Runde jetzt durchzieht, dann könnte das heißen, dass er noch einen Platz nach vorne kommt. Oh, jetzt zeigt er mir keine Zwischenzeiten mehr an. Komisch. Die Qualität ist jetzt gerade abgelaufen. Marius jetzt mit 18 zurückgestanden, wenn ich das gerade richtig sehe, auf die Bestzeit von Martin Vormann, der wohl die Pole auch behalten wird. In dem Abstand, in dem er jetzt hinter Hasso Ostercamp ist, könnte ihm das auch etwas geholfen haben, so in Sachen Windschatten und Zeit. Das ist nämlich so genau der richtige Abstand, wenn man sich da so gegenseitig so ein bisschen hilft, wenn jetzt auch beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Ja. Jo, steht sich noch ein Platz vor? Ja. Ja, das fährt eigentlich noch jemand? Ja, ich sehe gerade der Martin Vormann. Martin Vormann fährt gerade noch. 45 Tausendstel Rückstand auf seine eigene Zeit, im zweiten Sektor. Sieht den letzten Bogen. Und kommen wir durch die Gerade hier. Schauen wir mal. Da hinter ihm der SKS. Das ist Manfred Schneider. Ja, Manfred Schneider auf Platz 2. Michael Welle ist schon in der Box auf Platz 3. So, das war also die Qualifikation. Es ist jetzt keiner mehr auf einer gezeichneten Runde unterwegs. Ja, wir haben jetzt auch die Anzeige alle in der Box. So, dann holen wir uns noch mal die ersten drei hier runter. So, das ist ganz am einen der Martin Vormann. So, jetzt haben wir die beiden schon mal hier. Jetzt zählt noch der Manfred Schneider. Ach, so. So. So, die ersten drei haben wir jetzt hier mal live bei uns. Herzlichen Glückwunsch erstmal euch dreien. Danke. Danke. Ja, das war ja ein schönes Qualifying. Martin, Glückwunsch zur Pole. Ja, danke lieber. Die erste. Ja, die erste. Endlich hat es mal hingehauen. Meine Jut. Vielleicht liegt daran, dass Dominik nicht mehr fährt, aber... Ja, es hat ganz gut geklappt. Wieder erwarten ging das Ding wie die Sau von Anfang an in Quali. Hat mich selbst ein bisschen überrascht. Ich hab dann sehr noch ein bisschen am Setup nachgelegt, wie Micha so sagen würde. Und ja, dann ging es noch einen Zacken besser. Ja, im Großen und Ganzen bin ich gern zufrieden. Mal gucken, was jetzt im Rennen passiert, weil das ist ja noch die Frage. Ja. Ja, da bin ich mir ganz schön unsicher. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, du weißt, das gesamte Qualifying auf Platz 1. Das finde ich ein bisschen bewundernswert. Ja, die erste Runde hat schon ganz gut gesessen mit der 5. Ja, war halt Glück. Der Herr Schneider hätte es auch schaffen können. Und da Micha auch. Und der Herr Knebel genauso gut. Von daher war es eine enge Kiste eigentlich. Ja, das Wichtige ist halt das Ding genau auf den Punkt zu bringen, oder? Ja. Ja, Manfred. Bei deiner Runde, also war es auch immer flott unterwegs, immer gut von dabei. Ja, wie verliest du dein Qualifying? Ja. Ja. So lala. Auf der einen Seite bin ich zufrieden. Auf der einen Seite von der Seite her nicht so. Aber. Ja, ja. Für Platz 3 darf man nicht schimpfen, würde ich mal sagen. Ja, das ist richtig. Und was ist deine beste Aussichten jetzt für das Sprintrenn schonmal? Ja, das wird sehr, sehr hart. Also. Ja. Ich würde mal sagen, die Reifen. Queenen des Rennen. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, Michael, auf Platz 3. Da wurde ich nach vorne geschossen. Ganz Zeit auf Platz 5. Und dann hast du die eine Runde rausgehauen, die es dann gebracht hat. Wie war es denn so bei dir? Ja, das war... Komischerweise mit ganz leerem Auto habe ich das nicht hingekriegt. Ich habe da ein bisschen aufgetankt und da habe ich die Zeit hingekriegt. Leider Gottes konnte ich die Zeit nicht abrufen wie im Training, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Martin ran. Den Manfred wollte ich eigentlich auch noch kriegen, aber da war nichts zu machen. Ich bin jetzt mal gespannt auf Sprint, aber ich werde versuchen das Ding zu gewinnen. Das ist mal eine Ansage. Ich habe glaube ich bin gut aufgestellt im Renntrim und ich werde es versuchen. Ja, das stimmt. Ja, da werden wir mal ein Augeneck drauf halten, Michael. Ja, da merkt du mal. Ich bin aber keine Manfred Schneiders oder Martin Fuhrmanns mit roten Heckschlüsseln gesehen, ja? Genau, Michael. Ja, das müsst ihr vom normalen Kennen, dass das nicht noch. Martin, noch eine Frage an dich. Wir haben mal zwischendurch den Qualifying gesehen, du warst da ziemlich dicht am Heck eines Mercedes. Blaues war der Hasso Osterkant. Haben dich mit Lichthufe da ordentlich hantieren sehen? Ähm, ich habe einmal. Einmal, ja. Einmal, ja. Einmal. Wir haben vorher schon alles darüber geredet, ist das jetzt schon zu eng oder ist das doch gut für Windschatten oder so? Und dann auf einmal, rums, nur weg. Ja, ich wüsste, Chef Mercedes, auf einmal kam er irgendwie da nicht so richtig ausgeknetern an der Stelle. Weiß nicht. Na ja, und dann hat es einen kleinen Lackaustausch gegeben. Ich hab's, ich hab's direkt gehört. Ich bin ja alles da. Ja. So, ich bin breit. Ne, Martin. Äh. Ja, mir kann es sein, als hättest du gesagt, ich bin breit. Das bin ich auch. Ich habe gerade eine ASS reingefifft, weil ich habe gestern leicht ins Fass geguckt. So. Werde Martin den Mercedes im Rückspiegel so groß werden lassen? Das glaubt er gar nicht. Das ist mir egal, lass ich einfach vorbei. Ja, als wenn du mich vorbei lässt. Ja, ja. Das zum Thema Don't Drink and Drive. Bei mir war es schon immer Drink and Drive besser. Okay, das nehmen die Zuschauer jetzt mal nicht als Vorbild. Alles klar, danke euch beiden erstmal. Und auf jeden Fall viel Erfolg fürs Rennen. Ich schiebe mir auf den Channel. Jo, danke schön. Jo, danke schön. Danke. Glück und Schmartling. Ja, danke nochmal. Euch auch. So, hier sehen wir auch gerade noch einen schönen Dreikampf zwischen Marinos Riedern, Mirko Mayer und Peter. Peter Rikowski hier auf der Strecke. Die trainieren schon mal so ein bisschen für die Kämpfe im Rennen. Ja, wir schauen mal kurz aus dem Marinos. Da auf Platz 2. Ja, das dauert 15 Minuten. Wir gucken, dass wir den Marinos vielleicht einfach nochmal zwischendurch in der Boxschipp mal kurz uns cachen. Ich kann ja mal gleich kurz hochgehen und ihn mal fragen, ob er eventuell immer Zeit hätte. Genau. Ich schiebe dich mal kurz in den Channel. Sofern ich ihn hier finde. Wo ist er? Wo ist er? Oh, er ist ganz oben. Ja, ich kann selbst. Ich habe Fenstermodus auf. Alles klar. Ja, Marinos. Wieder im Gasline-Demis-Team. Hier als Erwerbsfahrer. Klimaschutz-Nachricht. So, dann hole ich die beiden hier gerade mal runter. So. Ja, Marinos. Ähm. Dein Qualifying. Ja, auf jeden Fall am Ende recht gut noch abgeschlossen. Also, im Training hatte ich ja noch ein bisschen Probleme so gehabt. So. Aber immerhin konnte ich dich auf 13 mal vorschieben. Äh, na gut. Das ist aber nicht die Zeit, die ich schon im Vorlauf gefahren bin. Also, ich war fast eine Sekunde langsamer. Kann daran liegen, dass ich einfach mal eineinhalb Wochen eine Auszeit genommen habe. Aber ich rechne mir jetzt für das Rennen mehr aus. Ich habe ein bisschen was angepasst. Ich merke speziell auf den Geraden sind gewisse Gegner einfach schneller. Aber dann in den Kurven habe ich einfach mehr Anbristung. Mhm. Wir schauen jetzt gleich mal, wenn du über die Zuline kommst. Ähm, kannst du die Runde einfach mal kurz kommentieren? Okay. Dann nehmen wir das mal wieder hier als Live-Kommentar. Wir haben ja gerade einen Mirko Maier vor uns. Der schön durchdrehen die Räder hat. So, hier ist es sehr wichtig den Schwung zu nehmen. Schön die Kurve zu erwischen, den Scheitelpunkt und den Schwung nach außen. Dann auf die Startzielgerade. Dann kommt eine sehr trickreiche Ecke. Fünfter Gang innen nehmen. Einmal etwas nach außen treiben lassen. Hier den roten Grasteppich nicht missachten. Sonst gibt es eine Strafe. Anbremsen hier auch sehr schwierig. Bodenwellen. Auto wird immer sehr nervös. Auf der Hinterachse wieder rausbeschleunigt. Dritter, vierter Gang. Dann danach hier erreicht man eigentlich den höchsten Top Speed auf der ganzen Strecke. Je nach Bögelabschwimmung 260 bis fast 270 kmh. Hier die nächste Kurve zum Anbremsen. Auch sehr trickreich. Wieder Bodenwellen. Erster Gang. Haarhandel. Schön innen erwischen. Auto rollen lassen. Wieder rausbeschleunigt. Möglich sprühen. Zweiten Gang. Um den Teamspin auf der Hinterachse zu minimieren. Die Reifen nicht allzu hart dran zu nehmen. Hier auch wieder sehr trickreich. Kann im dritten, aber auch im zweiten gefahren werden. Hinten innen. Die Kasse mitnehmen. Den Curve. Dritter. Hier kann man im vierten schalten. Kann ich aber nicht. Weil mein Auto immer hier potenziell zum Untersteuern neigt. Hier fünfter. Wieder vierter. Etwas rollen lassen. Rollen, rollen, rollen. Wieder auf Gas. Auf den Curve nach außen. Hier dritter oder zweiter Gang. Ich nehme den zweiten. Vielleicht etwas besser auf dem Gas kontrollieren. Dritter, vierter Gang. Hier wieder in dritten Runde. Rollen lassen. Rollen, rollen. Und den Schwung dann über den Außen Curve mitnehmen. Gleich im vierten Gang. Und dann haben wir hier eine Runde auf dem Hockenreimring hinter uns. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Wie ja schon gesagt werde. Was mir gerade auffällt. Hier ist gerade ein, quasi ein vier beziehungsweise fünf Kampf. Mit vorne Kai Klebel, Mirko Meier, Marinos Rieder, Peter Petelkowski und Jörg Degenkolbe. Die hier alle. Im Obstand von so zwei, dreihundert Metern waren sie hier. Ja, dann Degenkolbe greift hier den Peter Petelkowski. Die, fast, ähm, kommt nicht ganz vorbei. Ähm, Marinos. Ja, bist du da allein auf weiter Flur hier für dein Team? Ja, mal wieder. Ja. Dein Team Kollege, äh, hieß er noch, Dietmar Blaskowski. Genau. Leider nicht am Start. Und, äh, Ralf Ma, äh, situationsbedingt auch hier leider nicht am Start. Ja, schade, schade, schade. Also im Letztrenn ist ja schon eigentlich, äh, ja, ordentlich was, äh, gerettet für das Team. Dann, äh, wünsche mir auf jeden Fall alles Gute. Hier wird's aber nicht drin sein. Es ist irgendwie eine Haarstrecke bei mir und ich hab hier wirklich Probleme mit dem Balance am Auto. Also, ich versuche alles. Ich bin wirklich hart am Kämpfen, aber das Auto will einfach nicht das fahren, was ich will. Und, man kennt das ja, dann neigt man gern dazu, das Auto zu überfahren und ist eigentlich dann langsamer. Deswegen rechne ich mir hier nicht allzu viel aus. Einfach nur ins Ziel kommen und schauen, was dann dabei raus springt. Genau. Ich hoffe mal, dass sich das da an Teamkollege ändern wird, sonst werde ich mir auch nach einer anderen Option umsehen, weil mich hat das Fieber wieder gepackt. Und, äh, ich möchte dann halt auch im Team was erreichen. Weil, auf die Fahrermeisterschaft, da muss ich mir keine Hoffnungen machen. Da bin ich speziell in dieser Saison raus und auch Sachen Vorbereitung im Vorlauf der Saison ziemlich wenig gefahren, beziehungsweise ja eigentlich gar nicht. Äh, aber in einer Teammeisterschaft wäre doch zumindest in die Top 5 was möglich, wenn ich einen Teamkollegen hätte, der zuverlässig mitfahren würde. Das stimmt, ja. Aber man kann halt nicht alles haben. Du bist auf jeden Fall immer willkommen, äh, wieder mitzukommentieren, wenn irgendwas sein sollte. Ja, ne. Aber ihr denkt mal, ihr würdet heute ja beiden den Laden schaukeln. Da meine ich mir keine Sorgen. Ja. Das kriegen wir auch hin, das stimmt. Ja. 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 Ja, da habe ich auf der Seite sogar noch Werbung drauf gemacht, Carsten Slacky-Werkstatt. Sehr gut, ja. Und dann schauen wir gerade nochmal durch. Vorne hier im Moment haben kein Nebel. SKS bestätigt wieder die gute Form. Die auch für uns oft. Die beiden Jungs sind immer gut vor allem mit dabei. Sie dann bei anderen sind, oh, da übertreibe ich jetzt aber gerade, müssen wir ihn rausbeschleunigen. Hatte ich ja schon erwähnt, Carsten, die haben da echt so ein bisschen beim Rausbeschleunigen ein bisschen Probleme. Ja. Also, ja, was du halt eben auch gesagt hast, die sind halt wirklich sehr konstant. Zwar nicht immer ganz vorne mit dabei, aber immer, also mindestens im vorderen Mittelfeld. Das liegt halt an den vielen Trainings. Und das ist halt wirklich nochmal Respekt an die Leute, dass sie halt so viel Zeit wirklich opfern, um hier zu trainieren. Ich kann das ja mal gerade ausrechnen, hier so eine Runde, anderthalb Minuten, 2400 Runden. Das sind ganz mehr. Aber man sieht ja auch fast jeden Abend irgendwie im TS, beziehungsweise natürlich auf der Strecke. Also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann komme ich auf 60 Stunden reine Fahrzeit. Ja, dazu noch ein bisschen am Setup schrauben, also wo auch noch vielleicht ein paar Minuten mal jeweils drauf gehen. Also, das ist schon beachtlich. Ein paar vier von den Stunden rennen hintereinander. Ja, wie gesagt, reine Fahrzeit. Also, dann gibt es halt immer noch die Inlabs und Outlabs. Also, ja, also, das ist wirklich, wie freut sich halt der Stromeinbiet, ja? Also, das ist wirklich, ja, genau. So, Henning Wallert. Ja, auf jeden Fall bunt durchgemischt das ganze Feld hier. So, ich werde mir jetzt noch mal was zu trinken holen, damit meine Stimme auch schön schmeidet. So, jetzt kommt es gerade ein bisschen verzerrt drüber. Aber, ich schaue jetzt gerade an. Henning Wallert, ihr Wild-Karps-Räubern. Hält hier die Fahnen für GL hoch? Können wir gerade mal auf die Runden gucken? Henning Wallert stehen mit 347 Runden. Das ist also, eigentlich, ja, Standard. Er ist auf jeden Fall auch mal ganz gut dabei. So, und wir haben jetzt umgeschaltet ins Rennen. Piloten fahren hier schon mal vorne an die Linie. Oh, schon raus. Na doch, die Zeit läuft. Manfred Schneider ist auf dem Weg in die Startaufstellung. Hi, Piloten haben jetzt noch ein bisschen Zeit, sich da quasi auf ihrem Startplatz jetzt einzufinden. So, ich bin wieder da. Sehr gut. So, wir sind jetzt in der Vorstartphase hier. Piloten fahren jetzt also gerade in ihre Startposition. Ja, hier passiert es mir halt immer, weil es ist halt sehr viel Zeit, von der Zeit, wo die Box aufmacht, bis zur Zeit, wo die Box zu macht. Und dann ist halt auch noch mehr Zeit, bis man auf seinem Startplatz sein muss. Das heißt, wenn man jetzt halbwegs schnell fährt, dann steht man nachher ganz schnell mal vier, fünf Minuten da an seinem Startplatz. Und danach sind halt die Reifen und die Bremsen, die schon vorgewärmt, dann wieder völlig kühl. Das heißt, hier gilt im Prinzip auch, wenn ich es richtig verstehe, da also möglichst spät, bevor die Boxenkasse zumacht, rauszufahren, damit die Reifen möglichst wenig kalt werden. Ja, genau. Es wird auch keine Hightech mehr erlaubt in der Startaufstellung. So, auf Platz 4, hier ist Michael Welle, der ist auch gerade, also sucks. Auf Platz 4, jetzt hier schon auf der Startzielgeraden, der Thomas Sütter. Also, ich muss zwischendurch meine Maus hier ein bisschen bewegen, sonst, keine Ahnung, hat man wenigstens hier gerade immer die blöde Angewohnheit, die Angemacht zu schalten. Natürlich sehr ungünstig. Flammen schlagen hier aus dem Auspuff-Wormer im BMW. Ja, mir fällt gerade aus. Auf meine Tastatur hat gerade entschieden, irgendwie kaputt zu gehen. Oh, was ist, äh... Das ist übel. Ähm... Ich muss das jetzt mal hier auf... Ich mache mich am besten mal auf... Stumm, weil so ein Turt, wie ich hier an meiner Tastatur rumfummel, und das ist, glaube ich, nicht so schön. Alles klar. Also, äh, ich... Ähm, wenn es gut läuft, bin ich in einer Minute wieder da. Alles klar. So, wir haben jetzt auch ein bisschen mit den, äh, Tücken der Technik hier zu kämpfen. Das ist Maus oder Tastatur. Aber wir leben gleich den Rennstatt hier mit. Das sollte kein Problem sein. Ähm, schaffst du den Rennstatt alleine? Ja, klar. Okay, weil dann, äh, schraube ich immer gerade den Schraubenzieher. Jo. So, wir haben jetzt noch knapp eine Minute zwanzig. Bis es dann in die Einführungsrunde geht. Martin Burmann war hier. Es war klar, dass diese Tastatur genau dann kaputt geht, wenn ich in einem Livestream bin. Warum nicht, wann jetzt? Ja, das passiert sich immer dann, äh, zum umgesächten Zeitpunkt, ja. Also, ich möchte mich an der Stelle schon mal für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Liebe Zuhörer. Und da fällt mir ein paar Augen runter. Ich mache mich stumm. Das, das ist nichts. So, ich hoffe mal, dass die Maus hier auf jeden Fall durchhält. Sonst, äh, wenn mein Tastatur aber kaputt geht, dann, äh, dann wird's schwierig hier. Aber das soll er hinkriegen. Wir schalten hier mal ein bisschen, bis mich fällt. Michael Welle hier, dem Chaos Racing, äh, Mercedes, genau. Hier auf Platz 3. So, und wir sind jetzt in der Formationsrunde. Martin Burmann ist jetzt hier nicht. Ja, das ist natürlich auch mal jetzt eine Sache. Hier in Hockenheim ist die erste Kurve recht schnell. Das ist ja nur ein kleiner Knick. Die Reifen müssen auf jeden Fall gut auf Temperatur sein. Und dann haben wir natürlich hier die Kurve, wo sie gerade durchgefahren sind. Hier müssen natürlich die Bremsen auf jeden Fall auf Temperatur sein. Hier kommt das ganze Feld auf diese, doch, äh, sehr, also das mit dem Feld auf eine sehr enge Kurve dann irgendwo auch zu. Weil die Linie ist natürlich immer die schnellste, die innere Linie. Und außenrum, äh, ja, verliert man da doch zu viele Plätze. Das heißt, hier wird es auch entscheidend sein, wie die Fahrer beim Start zum einen loskommen, aber auch durch die erste Kurve dann, ähm, direkt, nicht durchmanisieren können. Der Start mit den Autos hier ist, äh, nicht so einfach, also, da kann man sich ein oder einer erwischen, ähm, man kann wirklich viel gewinnen oder auch viel verlieren. So, jetzt habe ich einen Tick-Zack fahren. Die Reifen auf Temperatur halten, beziehungsweise vielleicht die Temperatur noch versuchen einigermaßen zu erhöhen. Derweil ist Carsten und seine Temperatur beschäftigt. Ja, aber ich glaube, ich habe es jetzt gelöst. Es scheint wieder zu funktionieren. Vielleicht habe ich es noch wirklich zum Runstart. Sehr gut. Aber wie du es eben schon gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall, ähm, in der ersten Kurve wird es auf jeden Fall sehr viele, ähm, ganz weit nach außen tragen, weil die Reifen einfach noch nicht so warm sind. Und ich wahre zu prophezeien, dass es spätestens an der Spitzkehre fliegendes Stoßstern geben wird. Ja, wer das Zend hier kennt, äh, weiß, wie wir eben schon ziemlich eng beieinander und wir haben viele spannende Zweikämpfe in den letzten Rennen auch schon gehabt. Ähm, das, äh, wird also hier ziemlich genau sein. Und hier kommt natürlich mit, äh, doch relativ hohen Geschwindigkeit auf die Kurve dann zu, die Strukture da. Wird einigermaßen gespannt, also, das heißt einigermaßen, und wird sehr spannend. So, jetzt hier noch kleine Burnouts nochmal, die Hinterreifen noch auf dem Blut zu bringen. So, Martin Wundern fährt hier zur Linie und in seiner Position, bzw. steht in seiner Position, sitzt im Wagen.